In Karst lässt es sich gut leben. Sowohl die infrastrukturelle Lage in der Metropolregion Rheinland als auch das Bildungs-, das Kultur-, Freizeit- und Einkaufsangebot sichern in der Stadt Karst hohe Lebensqualität. Dies macht Karst als Wohnstandort für alle Generationen attraktiv. Dass dies so bleibt und sich auch noch weiter verbessert durch zielgerichtete Stadtentwicklung, ist ein zentrales Thema der kommenden Jahre. Hierbei gilt der Stärkung der Ortszentren besonderes Augenmerk. Dies ist eine Aufgabe der gesamten Stadtgesellschaft und alle sind eingeladen, an diesem Prozess mitzuwirken. Die Verwaltungsdienststelle Büttgen steht Ihnen in allen bauordnungsrechtlichen, planerischen und technischen Fragen zu Ihrem Vorhaben gerne zur Seite.